Ah, hi! Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Zusammen mit Flo! Hi! Was geht ab? Yeah! Yeah! Flo, was machen wir heute? Äh... Bienen jagen! Angriff! Freut ihr die? Bienen! Nein, hör doch auf damit! Oh mein Gott, das war doch nur ein Scherz! Leute, wir sind hier heute bei einer einen Block großen Base. Die Base ist einfach einen Block hoch. Mehr nicht? Ja, die ganze Base. Ich bin so gespannt. Jedenfalls können wir in die Base reinkommen, indem wir durch das Wasser sprinten. Okay, lass mich mal. Ich zeig dir mal, wie das funktioniert. So, fängst du an und dann sprintest du und dann zapp! Ha, da bin ich! Komm, Flo! Ja? Warte, warte, das ist wirklich ein Block? Ja, die Base ist echt... Warte, hier sind anderthalb Blöcke. Wir haben hier eine Base-Info, das können wir lesen. Und hier geht's zu einem Lift nach oben. Okay. Und hier ist ein Lift, der geht scheinbar nach unten. Wir können da den, ja, keine Ahnung, den Aufzug benutzen, wenn wir das wollen. Ja, wir kissen. Guck mal, hier kannst du dir erstmal was nehmen. So, hier sind ein paar Brote drin. Die ist leer. Haben wir auf jeden Fall was zu essen. Ja, man hat bisher alles, was man braucht, oder? Ich meine, wir haben eine Werkbank da unten. Bestimmt eigentlich nicht. Eine Enderkiste, eigentlich ziemlich nice. Hier geht's zu den Farmen. Wollen wir mal hinschauen? Ha, die Treppen. Guck mal, du hast hier sogar einen Glowstone da oben drüber, der die Karotten zum Wachsen bringt. Ja, funktioniert halt echt. Der Glowstone und Wasser ist hier mit drin in der Base. Ach, krass. Ich pflanze gleich wieder neu an. Ich muss aber fleißig. Hier geht's weiter. Du nicht? Ja, doch, doch. Warte, wir haben hier Tiere. Oh mein Gott, kriegen die keine Platzangst? Wenn die ihr ganzes Leben hier in dieser Base verbringen, ey, ich würde Platzangst ohne Ende haben. Ey, aber Kühe und Schafe passen nicht rein. Meinst du nicht? Na, ich bin bei den Schweinen. Hallo. Alles klar? Ja, wie geht's euch Nasen so? Warte, nein. Hä? Ich glaube, das Huhn hatte gerade ein bisschen Platzprobleme. Das hat irgendwie... Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Ist hier noch was? Hier wachsen noch mehr Sachen. Kartoffeln. Kartoffeln und rote Beete. Rote Beete. Guck mal, Flo. Kürbisse. Melonen. Oh yeah. Warte, wachsen die da wirklich? Oh, da geht's wieder auch weiter runter. Ich glaube, eine Mine. Was? Nein. Hä, wie cool. Hier geht's weiter. Das ist da jetzt echt runter. Ich glaube auch. Warte. Wir können uns hier ein Schwert nehmen. Zombies sind... Okay. Alles klar. Da ist ein Trichter. Da kommt Zombiefleisch rein. Oh, ist ein Monsterfall. Der kommt und hier ist dunkles Gas. Schau mal, die kommen nicht alle rein. Ich gehe vielleicht da oben. Ah. Oh mein Gott. Du bist kein Zombiefleisch. Warte, hast du mich gerade geschlagen? Ah, du meinst, die Zombies fallen da oben rein und wir können die dann boxen. Ja, mit Wasser. Oh, die plätschern schon. Meinst du? Warte, wie funktioniert das? Werden die von da hinten so hierher geschlagen? Nee, ich glaube, die werden da... Da ist er! Guck mal. Zack. Und... Nice. Ey, wir haben unseren ersten Zombie hier. Es regnet, aber wir sind ja an unserer Base, weißt du? Uns kann hier nichts passieren. Stimmt eigentlich. Oh mein Gott. Das hinaus, dass man nicht drunter fallen. Guck mal, hier, jetzt mach's nicht. Schau mal. Meinst du, die haben es geschafft, hier irgendwie ein Bett zu bauen in dieser Base? Ich weiß es nicht. Es ist halt nur ein Blöck groß. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber es gibt irgendwas eigentlich, was man nicht hier machen kann? Ein Enderportal, oder? Es würde mich wundern, hier ist Bedroom. Die haben es geschafft, hier ein Bett zu bauen. Du kannst nur nachts schlafen. Hier ist ein Pyjama. Gibt's wirklich? Hier ist ein Geheimgang. Ich kann mich wirklich in mein Bett legen. Warte, was? Wo? Geheime Ausgang. Secret Exit. Oh, lol. Wo bist du? Da kommst du mit dem Teich raus. Ah, unter einer Seerose. Ich glaube, wir sind hier wieder beim Villager-Dorf. Guck mal, hier ist eine weiße Katze vor unserer Base. Tschüss, Kätzchen. Oh, aus dem Dorf, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Okay, dann let's go. Wieder zurück in unsere Base. Da sind wir. Okay, wo waren wir noch nicht? Wir waren noch nicht unten und oben. Aber wo geht's hier lang erst mal? Oh, guck mal, hier ist unsere Höhle. Ja, ja. Amethisten. Krass. Lava. Hier ist Lava einfach zur Beleuchtung. Axelotlhöhle, Minenschacht. Was ist Axelotl? Was ist das hier? Warte mal. Guck mal. Hier ist ein Hengleiter. Ja, das ist wie so ein Lift. Häls up. Ich hänge hier einfach dran. Ah, hier kommen wir zu einem anderen Dorf. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist auch nur so ein Ausgang von der Base. Ich würde gerne mal sehen, wie es in der Base weitergeht. Was haben wir hier? Oh, Hackerrotten. Nicht schlecht. Okay, wo waren wir jetzt noch nicht? Wir waren noch nicht unten, ne? Wollen wir hier mal runter? Yeah. Oh mein Gott. Alter. Das wäre ja beinah schiefgegangen. Hier geht's hoch dann. Hier kommen wir hoch. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir unsere Schmelzstation. Wir sind unter der Lava. Okay. Das ist Eisen. Hä, was ist das für komisches Eisen? Rohes Eisen, rohe Eisen. Sieht das heutzutage so aus hier? Muss ich mal so einem alten Minecraft-Bären wie mir erklären. Hier, wie Eisen heutzutage aus. Nein. Na, da war es ein Farms hier. Hier können wir braun. Ja, wir haben hier sogar eine Braustation in unserer Base. Okay, ist nicht schlecht. Komm nicht hier. Was denn? Oh. Ein Schrank? Trank der Unsichtbarkeit, Flo. Und zack. Und weg bin ich. Was kann man hier machen? Oh mein Gott. Da kommt man, glaube ich, nur raufgehen. Das hat, glaube ich, nichts gemacht. Wo geht's hier weiter? Hier geht's noch weiter. Schau mal. Hier geht's noch mal runter. Ich glaube, das da hinten ist ein Ausgang. Wenn ich mir das schon wieder anschaue, da geht's, glaube ich, nur raus. Hier geht's runter. Ich geh mal runter. Soll ich mal testen, wo der Langegang hinführt? Ja, schau mal, wo es da lang geht. Okay, ich bin jetzt ganz unten in der Base. Ey, wie weit runter geht's denn noch? Ich glaube, hier ist das Meer. Jo, ist mit dem Langegang. Ist ein richtig cooles Beratschirm. Oh mein Gott. Wo bist du? Ich bin in einem U-Boot. Was? Ich bin unsichtbar in einem U-Boot drin. Die Base hat einfach zu einem U-Boot geführt. Was will ich auch sehen? Als ob, wie cool ist das denn? Ich kann unter Wasser damit schwimmen und die Fische beobachten. Da sind, da ist ein Böser. Hallo. Der greift mich nicht mal an. Hallo. Na, kleiner Kumpel. Geht's dir gut? Oh, ich seh dich. Was? Ja, hast du gesehen? Oha. Da bist du. Hi. Ich bin jetzt bei dir, Flo. Also, was willst du mir jetzt zeigen? Ich bin unsichtbar deswegen. Ich bin zufrieden. Achso, ja. Der wirkt, glaube ich, noch den Trank. Wo geht's jetzt hier hin? Hä? Wie geht's auch raus aus der Base? Du kannst das öffnen und dann rein. Okay. Ein Flugzeug. Hä, wie süß ist das denn? Was ist das denn für ein Flugzeug? Ey, unsere Base hat ja echt alles, oder? Wir haben hier Motorräder. Waren wir hier am Anfang? Guck mal, da ist unser Gang vom Anfang. Da vorne. Oh Gott, was machst du da? Okay. Ah! Flo? Ähm. Das ist gut, ja? Das ist immer wieder versucht, in Lama zu schwimmen. Oh mein Gott. Das ist nicht schwer. Das ist nicht einfach zu fahren. Absolut schwer zu fahren. Ich weiß jetzt, was passiert ist. Oh mein Gott. Kann ich da irgendwie rauf? Hier, Berg hoch. Yeah! Wir cruisen durchs Villager-Dorf. An den Bienen vorbei. Hallo ihr Süßen. Guck mal. Ne, wo bist du? Oh, du fliegst. Okay. Ja, krass. Alles klar. Ja gut, Leute. Dann war das hier unsere einen Vlog große Base. Super, super cool. Ich finde die auch rechtlich praktisch. Also man kann da drin alles erledigen. Ich meine, wenn man Platzmangel hat, kann man das Ding tatsächlich so nutzen. Warum auch nicht? Ja, Leute, das war es hier mit unserer Folge von Minecraft, ähm, ja, Base. Keine Ahnung. Zusammen mit Flo. Schaut bei Flo vorbei. Bei der Maulwurf Base. Ja, irgendwie schon, oder? Und schaut auch unbedingt mit EasyMouse.shop vorbei. Da gibt es nämlich ein super süßes neues Design. Yeah! Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ich habe einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta. Da!